Als Whisky-Nerd mit so einem ganz kleinen Glenfarkles-Fetisch freue ich mich heute wie Bolle einen älteren Glenfarkles 15 Jahre probieren zu dürfen. Abgefüllt sehr wahrscheinlich vor dem Jahr 2000. Wenn ihr mehr wüsst, schreibt es mir in die Kommentare. Gleichzeitig greife ich natürlich auch zu der aktuellen Abfüllung. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky-Turntable. Mein Dank geht raus an den lieben Olaf, denn ohne ihn könnte ich diese tolle Flasche hier gar nicht probieren. Er hatte mir damals schon von, wie heißen sie, Barry, Broth & Rudd den Secret Space Site zukommen lassen, der es letztes Jahr auch in meine Top 10 geschafft hat. Und jetzt kam eben eine Mail, was soll man da denn antworten? Hier, Peter, hast du vielleicht Interesse? Also, ihr kennt mich. Was soll ich denn da sagen? Nö, 15 Jahre Glenfarkles habe ich irgendwie voll keinen Bock drauf auf so eine alte Abfüllung. Nee, habe ich natürlich geschrieben, bitte, bitte, bitte. Und ich finde diese Flasche einfach so göttlich. Ich blende ja gleich diese Fotos ein. Wer die, ich hole mal die aktuelle hier einmal, ich schaue mal kurz hervor, wer das sieht. Ich meine, heute ist ja alles gut und schön, aber warum so was Schönes? Also, ah, auch die Dose. Ihr merkt, ich bin da eh schon sehr sentimental und der wird mir garantiert besser schmecken als der aktuelle. Machen wir uns doch nichts vor. Ich weiß, dass ihr wisst, dass trotzdem ziehen wir es durch. Ich blende euch einfach mal schon mal die Farbe ein. Ich befinde mich gerade mitten in meiner Glendronach-Rundreise, aber ich probiere dazwischen natürlich auch immer mal wieder was anderes. Und genau die gleiche Problematik, ja, so nenne ich es einfach mal, habe ich bei Glendronach ja auch. Die alten Abfüllungen sind einfach dunkler. Und ja, ich sage es jedes Mal, dunkler heißt für mich nicht automatisch besser. Aber so allmählich wird daraus doch so eine Faustformel für mich aus Erfahrung. Bei den älteren Abfüllungen, wenn sie dunkler sind, dann sind sie meistens auch besser. Dieses dunkler ist nicht gleich besser, bezieht sich bei meiner Whisky-Erfahrung dann oft eben auf Einzelfassabfüllungen aus den letzten fünf Jahren, die dann immer durch diesen Hype dunklere Abfüllungen zu erzeugen, ja, irgendwie komische Blüten hervorgebracht haben. Aber okay, Olaf hat mir geschrieben, Flasche hat er ja steigert, 110 Euro. Also in der heutigen Welt, wo ich schnell für Abfüllungen ohne irgendeine Altersangabe 110 Euro und mehr bezahlen muss. Finde ich, ist das, wenn man jetzt irgendwo seine Lieblinge hat, also tendiere ich ja aktuell, dann fast dahin. Ich habe bei einer Auktion noch nie ein Whisky ersteigert, aber ich glaube, das wird sich bald mal ändern. Denn ich bin etwas gefrustet von dem aktuellen Whisky-Angebot. Und ich denke, das sieht man auch in meinen Videos. Gut, ich habe natürlich noch nicht alle veröffentlicht, aber 2024 steuert das Ganze irgendwo in die Richtung, dass ich mehr in der Vergangenheit lebe. Klar, je älter man wird, desto mehr hat man eh das Gefühl, dass man ein Dinosaurier ist. Aber beim Whisky, ich habe aktuell nicht viel Interesse an aktuellen Abfüllungen. Das wird sich bestimmt auch ändern und ich werde dieses Jahr auch etwas Aktuelles probieren. Aber ich merke gerade, dass mir bei solchen Sachen das Herz aufgeht. Und natürlich ist alles eine Sache der Gewohnheit und Routine. Ich hatte eben jetzt viele Jahre immer aktuelle Abfüllungen, deshalb macht mir das hier gerade besonders viel Spaß. Aber ich sage mal so, das aktuelle Angebot an Abfüllung ist zwar groß, aber es haut mich gerade nicht um. Ich glaube, ich habe mir 2024, wir schreiben jetzt Anfang März, noch keine. Doch eine Flasche Whisky habe ich mir zum Vergleich mit einer alten Flasche gekauft. Dann muss ich dazu sagen, ich habe aber auch genug noch in Vorrat und vieles steht ja auf die Hände in meiner Wand. Das ist ja dann ein Teil, das ist nicht nur Deko, ein Teil stehen da wirklich die Flaschen, die ich noch probieren werde. Ja, fangen wir einfach mal an. Mein Zettel liegt da. Der Glimpfarkt ist 15 Jahre, hat ja untypische 46 Volumenprozente gegenüber den anderen Standards. Aktuell 65 Euro in Deutschland, in den Niederlanden ab 57 Euro. Ich habe eine Abfüllung, die von 2022 ist, die ich gleich dazu nehmen werde. Das habe ich hier noch drauf stehen. Und dass eben dieses Wachssiegel bis Anfang 2000 verwendet wurde. Wenn ihr mehr wisst. Den Bottlecoat hier hinten, der gibt für mich persönlich nicht viel her. Wenn ich daran denke und die Flasche dann noch habe, wenn ich das Video schneide, dann blende ich es mal ein. Aber wenn da jetzt nichts steht, wundert euch nicht. Dann habe ich es vergessen. Gut, was ich an der Flasche ganz süß finde, blende ich dann jetzt auch einfach mal eben ein. Da ist so ein Aufkleber, was mich sonst beim Flaschenkauf sehr wahrscheinlich erst mal stören würde. Aber so in der Vergangenheit, jetzt lebend in der Nostalgie als Vintage-Flasche, finde ich das ganz schön. Da steht eben so ein Händleraufkleber und ich habe das mal gegoogelt. Der Ort ist in Dänemark, wenn ich nicht total daneben liege. Und er hat ja hier auch so eine Zollbanderole an der Seite. Seht ihr sonst bei den Einblendungen? Das noch dazu. Ich fange auch mit ihm an. Theoretisch, wenn ich es jetzt wirklich auf die Spitze treiben wollte, würde ich mit der neuen Abfüllung anfangen. Aber mir geht es jetzt ja gar nicht um die neue. Ist ja nicht wie bei meinem Glendronach-Tasting. Die Farbe ist natürlich göttlich für einen Glendfaglis, für einen Glendfaglis-Standard. Also wenn ich es jetzt hier die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich noch weitere daneben eingeschenkt. Aber hier beim 15-Jährigen auch nochmal da. Ich habe jetzt nur den lieben Olaf mit so viel Lob bedacht. Aber auch nochmal ganz, ganz großes Dank an euch als Community. Ich habe nach einem Sample vom 15-Jährigen gefragt, ein aktuelles Sample. Weil es hört sich jetzt ein bisschen egoistisch an. Ich hatte den letztens, ich hatte den schon häufiger im Video. Ich habe nichts mehr davon gehabt. Und ich war irgendwie nicht bereit, eine aktuelle Abfüllung zu kaufen bei dem, was ich zuletzt von Glendfaglis probiert habe. Und dann habe ich auch da die Unterstützung bekommen und habe kostenfrei ein Sample bekommen. Vielen, vielen lieben Dank auch nochmal an dieser Stelle. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich finde es schön, dass Leute von euch, die den Kanal unterstützen können auf diese Art. Ich habe ja hier kein irgendwie Patreon oder sowas. Aber dass die, die es können, wenn ihr das auch macht, finde ich es total super. Weil ich kann mir nicht für jeden Vergleich so eine Pulle kaufen. Umgekehrt, wie gesagt, wem das jetzt nicht wehtut, mir dann da ein Sample zu schicken. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Und wie gesagt, alle die, die das nicht können, von denen erwarte ich das auch nicht. Also um Gottes Willen, also dann, dann hole ich sie mir lieber irgendwo selber eins. Und wie gesagt, ich zahle dann auch gerne für so ein Sample, ein Obolus. Hier habe ich es komplett kostenfrei bekommen und dafür vielen, vielen lieben Dank. So. Ein Glend-Waglis mit Sherry-Arom. Das Holz steht im Vordergrund. Ja, machen wir uns nichts vor, aber... Was haben wir? Ich habe schon lange bei Glend-Waglis keine Datteln mehr rausgehauen. So Datteln als Untermalung. Darüber ein Hauch. Roter Früchte, roter Beeren. Dazu schon ein leicht samtiges, öliges Bild. Mein letzter 15er, ich werde ja gleich eine aktuelle probieren. Der war nicht sowas wie von holzlastig. Und er hat zusätzlich hier Frucht, auch wenn er holzlastig ist. Aber dieses Holz hier ist auch in meinen Augen ansprechender. Es hat diese typische Glend-Faglis-Heide verinnerlicht. Also dieses Holz, da ist nicht diese Heidenote und dann irgendwelche komischen Holztannine, sondern da sind Holzaromen mit der Heide zusammen in eins. Leicht süßlich dabei. Also es ist jetzt nicht irgendwie... Ich sage besser nicht, was es nicht ist. Das ist ja Quatsch. Sondern nicht wie irgendwie so ein zuckersüßes Gebäck. Sondern wie so ein selbst gesüßter Honig... Äh, Honig, äh, Pudding mit Biskuit drin oder so. Ich nehme ihn. Schieb dir in den Holz. Wenn es so ist, vor dem Jahr 2000, wir gehen einfach von 2000 aus, ist er 24 Jahre alt. Ich meine so einen mini-minimalen, äh, Old-Bottle-Flavor oder so feststellen zu können. Oder Effekt. Ich habe ja dazugelernt durch diese alten Abfüllungen, die ich probieren durfte. Aber das tut ihm gut. Das steht auch nicht irgendwie bei diesen noch älteren, die irgendwie 40 Jahre schon in der Flasche waren. Da kam mir das manchmal etwas... Also es hatte mit dem, was ich von diesen Molls, wie ich sie kannte, das heißt nicht mehr so viel zu tun. Aber es war irgendwie schon so meilenweit entfernt. Und hier kommt es mir so vor, als hätte er das. Aber so als kleine Unterstützung. Oder sie waren damals einfach so. Ich nehme den noch. Also sehr, sehr viel Holz. Auf jeden Fall. Also so ein richtiger Glen Faglis. Aber mit Sherry-Einflüssen dabei. Und nicht nur einfach Holz. Die 46 Volumenprozente. Das ist der erste 15er, also reguläre 15er, der mich so richtig abholt. Ich habe vorher oft gesagt, dass der 15er, dass ich mich schwer mit ihm tue. Es gab diverse 15-jährige Abfüllungen, meine ich, vom Whisky Exchange aus den Niederlanden, glaube ich. Die fand ich schon gescheit gemacht. Aber hier habe ich eben Standard. Eine Flasche, die sehr wahrscheinlich damals umgerechnet 35 Euro gekostet hat oder so. So viel? Sehr wahrscheinlich noch nicht mal. Keine Ahnung, was sie gekostet hat. Da bin ich irgendwie falsch abgebogen. Aber das kriege ich heute einfach nicht mehr. Und dabei habe ich eben schon für einen Sherry-lastigen Mold relativ viel Holz und weniger Frucht. Aber für das, was ich von Glen Faglis, auch von vor 5, 6 Jahren in Erinnerung habe, ist das wirklich viel. Ich denke, die von euch, die Glen Faglis mögen, können das einschätzen. Eine tolle, süße Note mit dieser Heidenote dabei kombiniert. Dann geht es in die Sherry-Frucht über. Wie gesagt, ich bleibe dabei bei Trockenfrüchten. Ich habe so eine dattelrote, rote Traube ohne, ohne großartiges Säurespiel so im Kopf, in der Vorstellung. Das hat so einen ganz leichten, sämigen Touch. Dann schieben die 46 Volumenprozente wieder Holz durch. Dieser wirklich Old Bottled-Effekt. Flavor. Also minimal am Rande. Also ich glaube, ich sage jetzt mal, wenn so eine Flasche 20, 25 Jahre gestanden hat, ist das die passende Untermalung. 40, 50 Jahre ist dann zu viel aus meiner bescheidenen Erfahrung. Ich nehme mal, jetzt stellen wir Ihnen hier mal kurz vor, den aktuellen 15-Jährigen. Ich muss mal eben hier gucken. Ja, 2022, mehr habe ich nicht draufstehen. Ich weiß jetzt nicht, ob er da gekauft wurde, ob es auf dem Glympharkless, haben die heutzutage denn einen gescheiten Bottle-Code? Ich weiß es gar nicht. Wie gesagt, bei ihm ist es leider nicht so, dass da was Cleveres bei rauskommt. Weil ich glaube, das Einzige, was da steht, geht irgendwie Richtung 88 oder so. Aber nein, das wird er dann sehr wahrscheinlich nicht sein. Entschuldigung, riecht wie ein, jetzt im Direktvergleich. Ich habe nicht gespült, ich weiß, es ist auch oft ein bisschen gemein. Helle Citrusnote und den Eindruck von Ex-Bourbon. Obwohl da sehr wahrscheinlich kein Ex-Bourbon drin ist. Weil das macht jetzt einfach das fehlende Holz aus. Eine süße Citrusnote. Die Heide hat es geschafft rüber. Also ich hatte jetzt der Glendronachs, wie gesagt. Bis zum 15. habe ich mich vorgekämpft. Und wenn ich jetzt den 15. einfach mal nehme. Ich habe euch ja eben auch ein Foto eingeblendet. Deshalb, weil ich das hier relativ zeitnah aufnehme. Da ist ja auch der 15. von 2015 dabei, von Glendronach. Der ist nochmal einen Tacken dunkler. Ja, aber ich finde, dass die Glendronach-Abfüllung 12 war. Portwood hatte ich. Und den 15er, die ich alt gegen neu sozusagen probiert hatte. Die waren näher aneinander dran. Das hier ist schon echt weit entfernt. Er kommt mir süßer vor. Citruslastiger. Und das Holz hat eben diesen klassischen aktuellen Glendronachs-Touch von sehr, sehr viel wiederbefüllt. Den ich ja generell ganz, ganz ansprechend finde. Und wenn es nur Malls gäbe, die nur erst und zweit befüllt wären, würde ich sehr wahrscheinlich sagen, klasse. Mal was Neues. Mein erstes Family Cast, viert befüllt, war eine tolle Erfahrung. Und war ein top Fass, was da ausgesucht wurde. Aber wenn man merkt, dass es nur noch sowas gibt in der Richtung. Naja. Ich nehme ihn mal. Ja, so wie ich Glenn Farktis aktuell kenne. Sehr hellfruchtig. Sehr vom Holzeindruck hatte ich bei den Glendronachs auch. Wenn eben mehr Refill dabei ist, wird es etwas vielschichtiger. Aber diese Sherry-Charakteristik ist weg. Ich bin nicht in der Blütezeit der Glendfarktis-Abfüllungen zu Glendfarktis gestoßen. Um es mal so zu sagen. Deshalb habe ich diese Refill-Zeit viel mitgemacht und sie zum Teil auch verinnerlicht als Glendfarktis. Aber das stimmt so nur zum Teil. Merke ich gerade. Denkt dran, ich probiere ihn direkt danach, ohne zu spülen. Also wer den aktuellen 15er hat und sagt hier, der spinnt ja, der Peter. Es ist immer sehr extrem, wenn man von einem Mold zum anderen geht. Gebe ich zu. Aber ich mache das ja hier bewusst, um die Unterschiede zu merken. Generell schmeckt der hier. Das kann ich trinken. Also bevor ich jetzt einen Gin trinken muss oder einen Wodka, würde ich das Ding abfeiern. Als Peter Son Kruse auf meiner Insel und die Flasche kommt vorbeigetrieben. Ich wäre happy. Wirklich. Aber es ist ja immer diese Sache, wo komme ich her und wo stehe ich jetzt? Deshalb muss das ja nicht komplett schlecht sein, aber es ist so ähnlich, wenn ich mich eben als Hardrock-Band ACDC mal zusammengefunden habe und meine Fans aufgebaut habe und dann fange ich auf einmal an, irgendwelche Schlagealben zu machen. Hm. Könnte problematisch bei den Konzerten werden. Vielleicht kriege ich neue Fans, aber die Alten werden sehr wahrscheinlich den Kopf schütteln und die Band verfluchen. Und ich denke, das ist eine gute Parabel für das, was bei uns eben in der Whisky-Welt passiert. Wenn ihr vielleicht noch etwas neuer dabei seid und merkt auf einmal, Mensch, was schimpfen die denn über die Brennerei? So schlecht fand ich den gar nicht. Die kommen einfach von einem ganz anderen Ausgangspunkt her. Und da könnt ihr ja selber nichts dafür. Und ihr könnt trotzdem diesen Malt auch gut finden und sagt das auch, um Gottes Willen. Also ihr müsst euch nicht da irgendeiner Meinung anschließen, nur weil irgendwelche Leute sagen, dass sie 20 Jahre Whisky-Erfahrung haben. Man soll es ja nur irgendwie bedenken und irgendwie mitnehmen. Und der ist so voll und ja, er geht in diese Richtung, wie Glendronach-Abfüllungen aktuell sind. Und, naja, er ist ein bisschen besser. Er hat trotzdem mehr Frucht. Und das Holz ist etwas aktiver. Aber ich sage das ein paar Mal in meinen Glendronach-Videos, dass die aktuellen Glendronachs mich sehr an Glendfarktes-Abfüllungen erinnern, aber an gute von früher. Er hat so etwas leicht Parfümiges mit drin, wenn das Holz sich so entwickelt und auffährt. Und lasst da jetzt Schokolade drin sein oder was auch immer. Ich denke, die Grundprinzipien habe ich beschrieben. Und ja, Olaf, die stelle ich mal wieder weg. Vielen, vielen lieben Dank. Wenn ihr denkt, Mensch, das, was der Olaf kann, das kann ich auch. Ihr merkt, ich kann da auch nicht widerstehen. Also es muss schon irgendwie was sein, was mich natürlich abholt. Und hierbei konnte ich nicht Nein sagen. Und wie ich das schon mal sagte, wer den Kanal unterstützen will, macht das gerne. Schickt mir eine Mail. Ich erwarte das aber von niemandem, aber ich sage auch nicht Nein. Gut. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 T пос Vielen Dank.